Hallo und herzlich willkommen zu diesem Twitch-Highlight-Video. Ja, den besagten Stream werde ich in zwei Videos unterteilen, weil wir einfach extrem viel Alchi gehabt haben. Heute ist der erste Teil und ich würde sagen, wenn wir so um die, was sagen wir denn mal, 250 Likes packen, dann kommt morgen direkt das nächste Video, falls ihr es nicht schafft, wovon ich aber ausgehe, weil das schafft ihr locker, kommt erst am Tag danach das Video. Das heißt, wenn ihr es schafft, kommt das Video früher und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video, ist extrem viel Alchi gehabt, ich hoffe, euch gefällt das und ich würde sagen, let's go. So Leute, ihr seht, wir haben hier so ein bisschen Alchi, ich habe ein bisschen schon vorbereitet und habe das auch rar gehabt. Dann haben wir aber auch schon ein bisschen was an Antiken. So und jetzt kürzt, wir haben auch ein bisschen was an Legi. Da wäre es natürlich cool, wenn wir da einen exzellenten Drachengranate bekommen, was ich eher nicht so glaube. Ja, hier haben wir nichts, aber hier haben wir zum Beispiel zwei Lupenreine Jade und dann noch ein Lupi Robin und ein klarer Diamant noch. Mach der das halt, ne? Würdest du aufhören auf Pandora und Titania weitermachen? Ne, jetzt aufhören würde ich jetzt nicht auf irgendeinen Server. Einfach, ähm, ja, ich bin mal so die Option offenhalten für Videocontent, ne? Das ist halt so das, worauf ich am meisten Wert lege momentan im Spiel selber, weil es mir einfach so im Spiel auch am meisten Spaß macht. Auch wenn es manchmal ziemlich stressig ist, sag ich mal. Aber, ähm, quasi so zu spielen, dass ich genug Content habe, macht mir persönlich am meisten Spaß. So, dann fangen wir mal an mit den Raren, ne? Das sind ein paar. Älter fällt aber ich Bock drauf. Älter fällt aber ich Bock drauf. Ciao. Glückwunnen! etricz Здесь Let's go, Lode. Let's go. Womit fangen wir denn mal an? Wir fangen an, ja, mit der vier, komm. Ja, viel, viel, viel. Erst geklappt. Ja, aber erst, alter Falter. Ja, moin. Was ist das für Basterdinger? Okay. Sollen wir direkt mal gucken? Crep, 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 Crep. Okay, nicht schlimm. Saphir kann man sowieso weiter haben. Auch gut weiter haben. Geklappt. Fehl. Fehl. Geklappt. 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 Da muss ich nach Boni gucken, weil die können sowieso nur Arsch sein. Oder relevant. Dann hatten wir mal Onyx. Geklappt. 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 Fehl. Geklappt. Geklappt. Und fehl. Okay, aber gar nicht mal so schlecht. Das Arsch. Widerstand gegen durchsporene und kritische Treffer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nahkampf abblocken. Widerstand, Crit. Widerstand, DB. Ey, das ist wirklich nicht schlecht. Den lassen wir erstmal da. Und die anderen, die haben wir auf jeden Fall. So, jetzt kommen die interessanten Dinger. Alles klar. Wir fangen jetzt an mit den guten Dingern. Let's go. Fehl. Geklappt. 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 Fehl. Fehl. Jetzt kommt kurz ein Auto. Geklappt. Geklappt. Okay. Max. Hippie. Arsch. Arsch. Ja, das ist komplett Arsch alles. Aber ich freue mich auf die Brillanten, Alter. Oder auf Brillant zu machen. Okay. Ja, die Rubinen lassen wir uns zuletzt. Geklappt. Fehl. Fehl. Alter. Ja. Geklappt. Ja, gut. Kannst du mal da einen Rubin zeigen? Ja, okay. Verteidigung, DSS und AW. FK ist... Ja gut, die kann man alle abben. Die kann man alle abben. Okay, jetzt kommt es zu einem interessanten Teil. Rubine. Bitte, Junge. Geklappt. 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 Oh, schade. Ich habe gedacht, das wird jetzt ein Durchmarsch. Jetzt klappt gar nichts mehr. Jetzt klappt gar nichts mehr. Du, Bastard. Aha. Uh, Alter. Fünf Rubine rausbekommen. AW. AW, DSS-Dev. Verteidigung, DSS-Dev. Alter, Fall da. Aber bis auf den, glaube ich, braucht man keinen behalten. Moment. Moment. Den packe ich mal hier unten hin. Wir ruften jetzt an. Warte, ich muss noch ganz kurz an mein Handy gehen. Moment. Hier, den, den packe ich mal weg. Den habe ich vielleicht sogar. Weil Widerstand, Crit, Widerstand, DB plus Abblocken ist schon echt nice. Hat Maeve übrigens auch in Exzellent. Erster Versuch. Ich würde sagen, wir können eigentlich alles ab. Wir machen erstmal hier dieser vier. Fehl geklappt. Ja gut, kann ich gar nicht mehr weiter haben. Stark gegen Schamane. Abwehrchance gegen Schamane. So, dann machen wir weiter. Widerstand, DB. Widerstand. Oh, schade. Hast du aber einen guter? Noch ein klarer? Abblocken. Komm, wir ballern die direkt hoch. Schade. Okay, Scrap. Ja, 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 ja. Die können wir so hoch ab. Alter, klappt doch mal. Alter, klappt doch mal. Ja, können wir hier schon wieder nicht weitermachen. So, jetzt haben wir hier eigentlich alles. Okay, Jade, Bam. TP, okay. Bam. Max TP, keine andere TP dazu. TP, okay. Leute, 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 Leute. Das wird ein brillanter. Das wird jetzt ein brillanter. Alter. Was ein Witz, ey. Was ein Witz. Äh. Es tut schon wieder so weh. Es tut so weh. Okay, go. Ja, der ist Arsch, aber immerhin geklappt. Und der ist auch Arsch. Ja, können wir weiter ab. Ah, Scrap. Ah, jetzt kommt die Rubide. Jetzt kommt die Rubide. Wenn da jetzt was bei rumkommt, das würde einiges gut machen. Ja, ist klar. Nur AW. Ähm. AW für den... Okay. Dann ab, machen wir weiter. Äh. Äh. Keiner weh. Äh. Warum lässt du Fossi Alti haben, weil ich es bezahlt habe, du Penner.